Die MQ-9 Reaper ist eine Drohne des US-amerikanischen Herstellers General Atomics. Sie basiert auf der MQ-1 Predator, ist aber wesentlich größer und dient in erster Linie der Luftnah-Hunterstützung. Sie wird unter anderem von den Streitkräften der Vereinigten Staaten und der Royal Air Force in Afghanistan eingesetzt. Entwicklungsgeschichte General Atomics entwickelte im Jahr 2000 für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten auf Basis seiner MQ-1 Predator eine größere und stärker bewaffnete Version für den Krieg gegen den Terror. Der Erstflug des Prototyps erfolgte am 2. Februar 2001. Der Antrieb besteht aus einem Turbopop-Triebwerk mit rund 670 Kilowatt. Die zunächst Predator-B genannte Drohne hat mit rund 4760 Kilogramm ein mehr als viermal so hohes Gesamtgewicht wie die MQ-1 und kann eine mehr als zehnmal so große Waffenlast tragen. An insgesamt vier Unterflügelstationen können Luftbodenraketen, Präzisionsbomben oder Zusatztanks befestigt werden. Für Aufklärungszwecke und Zielerfassung stehen Sensoren im optischen und Infrarotbereich sowie Radar zur Verfügung. Im Februar 2003 erhielt die neue Drohne die offizielle Bezeichnung MQ-9A und im September 2006 den Namen Reaper. Im November 2006 aktivierte die United States Air Force die erste Reaper-Staffel auf der Creech Air Force Base in Nevada. Anfang 2009 besaß die US-Luftwaffe rund 28 Reaper, für die nächsten Jahre ist die Beschaffung von insgesamt 329 geplant. Gorgon Stare ist ein Überwachungssystem, das Anfang 2011 erstmals an der Drohne getestet wurde. Nutzer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten seit dem 25. September 2007 werden die MQ-9 der USAF in Afghanistan eingesetzt. Sie werden von der Creech Air Force Base in den USA aus von einem Piloten und einem Aufklärungsoffizier gesteuert. Lediglich für Start und Landung übernimmt ein lokaler Pilot die Kontrolle. Vorrangiger Einsatzzweck ist die Luftnachunterstützung. Die typische Bewaffnung dafür besteht aus zwei lasergelenkten 500-Pfund-Bomben des Typs GBU-12-Paveway-2 und vier lasergelenkten Luftbodenraketen. AGM-114 Hellfire Damit kann die Reaper rund 15 Stunden in der Luft bleiben, bei Bedarf bewegliche Ziele verfolgen, erfassen und bekämpfen. Anders als die MQ-1 wird die MQ-9 nur in zweiter Linie zur Überwachung und Aufklärung eingesetzt. Am 27. Oktober 2007 feuerte eine MQ-9 erstmals eine Waffe im Kampf ab. Die MQ-9 werden in gemischten Verbänden mit den MQ-1 betrieben. Die United States Navy testete eine Marina-genannte Version der MQ-9 für Überwachungseinsätze und will damit ganze Städte kontrollieren. Die Drohne sollte zusammen mit der Boeing P-8 Poseidon die kontinuierliche Seeraumüberwachung sicherstellen. Im Auswahlverfahren unterlag der Entwurf aber der Northrop Grumman RQ-4-N. Die NASA verwendet seit einigen Jahren eine weiterentwickelte Drohne unter dem Namen Alltheil für verschiedene Aufgaben in der Höhenforschung. Das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten verwendet seit 2005 unbewaffnete Versionen der Reaper zur Überwachung der Staatsgrenzen. Am 13. Mai 2008 unternahm die 658 Aeronautical Systems Squadron einen erfolgreichen Test, bei dem eine ferngelenkte Bombe vom Typ GBU-49 über GPS im Bereich des China-Lei beim Naval Air Waffer Center Weapons Division eingesetzt wurde. Im März 2016 wurde bekannt, dass die Maschinen der ersten Baureihe einen bisher nicht identifizierbaren elektronischen Fehler haben. Die USA gab bekannt, dass in mindestens 17 Fällen ein Unfall mit den Drohnen nur deshalb verhindert werden konnte, weil ein Backup-System den Fehler während des Fluges kompensieren konnte. Siehe auch, Drohnenangriffe in Pakistan Frankreich 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 beschaffte für Einsätze über Mali 2013 kurzfristig zunächst zwei MQ-9 direkt von der USAF. Insgesamt soll die Armee D-Lei aber 16 Drohnen erhalten. Das erste Kontrollzentrum und zwei MQ-9 Drohnen wurden Ende 2013 ausgeliefert. Erste Einsätze erfolgten über Mali und die dritte Drohne wurde im Mai 2015 übernommen. Das zweite System bestehend aus dem Kontrollzentrum und drei Drohnen soll 2016 geliefert werden und ein drittes ist für 2019 bestellt. Die Drohnen-Staffel SK Drohnen D-Drohens 01 Belfort liegt auf der Basis 709 Cognac. Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Die Royal Air Force setzt die MQ-9 ebenfalls in Afghanistan ein und steuert sie von der Krietscher FB aus. Großbritannien will mindestens zehn Reaper beschaffen. Die erste Einsatzstaffel mit zunächst fünf Drohnen ist seit 2007 die 39 Squadron auf der Krietscher FB. Im Jahr 2012 wurde RAF Wadingen Heimatstützpunkt der MQ-9 Streitkraft und mit der 13 Squadron wurde dort eine weitere Staffel aufgestellt, wobei die 39 Staffel nach wie vor in Krietsch beheimatet ist. Anfang 2014 wurde die Flotte um fünf weitere Exemplare auf zehn Einheiten erhöht. Italien-Italien Die ersten beiden aeronautic-militare Italianer Zunächst unbewaffneten MQ-9 sind seit Mitte 2011 vorläufig beim 32. Stormo auf der Basis Amadola-Einsatz bereit. Insgesamt hat Italien sechs Drohnen bestellt. Am 10. August 2011 setzte Italien die Drohne erstmals für eine Mission über Libyen ein. Eine Bewaffnung erfolgte erst Ende 2015. Deutschland Deutschland Das Bundesministerium für Verteidigung zog eine Anschaffung von fünf Rieper für den Auslandseinsatz in Afghanistan in Erwägung. Entschied sich jedoch 2009 für ein Leasing von drei IAI-Heron des israelischen Herstellers IAI, zunächst für den Zeitraum von drei Jahren, dann verlängert bis April 2015. Für die Zeit nach dem zunächst geplanten Auslaufen des Leasing-Vertrages im Oktober 2014 wurde neben anderen Optionen auch erneut die Anschaffung von Drohnen des Typs Rieper erwogen. Niederlande Niederlande Die niederländische Verteidigungsministerin Janine Henis-Plaschert gab am 21. November 2013 bekannt, dass die Niederlande vier MQ-9 Drohnen beschaffen wollen, die zunächst ab 2016 2017 unbewaffnet eingesetzt werden sollen. Spanien 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 bestellte im November 2015 zunächst zwei Bodenstationen und vier unbewaffnete Drohnen. Der erste Teil soll Mitte 2017 zu laufen. Technische Daten Bewaffnung Bis zu 1.361 kg Waffenlast an vier Außenlastträgern AGM-114 Hellfire AGM-176 Griffin GBU-12 Paveway 2 GBU-38 JDAM GBU-39 SDB Unfälle Am 13. Dezember 2011 stürzte eine unbewaffnete MQ-9 auf dem Flughafen Maa, vermutlich wegen eines Motorschadens, ab. Verletzt wurde niemand. Von den Seeschellen aus fliegen die MQ-9-Einsätze zur Überwachung der Schifffahrt und zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika. Medien Indesatim Der Film muss das A-Team in einer Lockheed C-130 Herkules 2 Reaper entkommen, die sie mit Luft-Luftraketen beschießen. Anders als im Film gezeigt, sind Reaper-Drohnen nicht mit Maschinengewehren ausgerüstet. In Igelei außer Kontrolle bringt der Supercomputer ARIA eine MQ-9 unter seine Kontrolle und versucht mit Hilfe der Drohne, den Protagonisten Gary Shaw in Begleitung des Agenten Thomas Morgan aufzuhalten. Der US-Spielfilm Good Kill – Tod aus der Luft von 2014 thematisiert die Drohnenangriffe in Pakistan aus Sicht der Piloten auf der Kree-Cheer Force Base.